Habe Leidenschaft und Antrieb. Mache es auch nicht nur für die anderen, sondern mache es für dich selbst. Diesen Erfolgstipp habe ich von Schauspieler Seth Gilliam bekommen. Genau darüber schreibe ich in meinem heutigen Blogbeitrag. Es geht doch am Ende des Tages darum, wie kann ich etwas für mich tun? Was ist dafür verantwortlich? Und es ist nicht das Leben, das du hast, das gut oder schlecht ist, sondern es startet alles mit den Gedanken. Bin ich die letzten Tage schon darauf eingegangen, hier und da? Und fasse es heute nochmal auf, weil es so, so wichtig ist. Was musst du tun, dass dein Leben das Endresultat so ist, wie du es möchtest? Was ist der Ausschlag? Was macht dich gesund? Was hält dich krank? All das und noch viel mehr findest du jetzt in meinem Blog auf www.normin-graeter.com